Hallo Leute, ich zeige euch jetzt in zwei Schritten, wie man sehr leicht alle Primzahlen im Zahlenraum 1 bis 100 findet. In Schritt 1 handelt es sich darum, dass man eine Zahlentafel von 1 bis 100 zeichnet. Gehe die Zahlenreihen 2, 3, 5 und 7 durch. Du streichst jetzt alle Zahlen in der 2er Reihe weg, da sie durch 2 Teil über sind. Das gleiche machst du jetzt auch bei der 3er Reihe, da sie durch 3 Teil über sind. Das gleiche machst du bei der 5er und 7er Reihe, da sie auch durch 5 und 7 Teil über sind. So können wir diese Zahlen ausschließen. Achtung, die Zahlen 2, 3, 5 und 7 nicht durchstreichen, weil sie durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Die Zahlen, die du nicht durchgestrichen hast, sind alle Primzahlen im Zahlenraum 1 bis 100. Danke für das Anschauen dieses Videos und viel Spaß beim Ausprobieren. Danke. Danke. Danke.